ARD Text im Auftrag von Funk Das ist ja wieder alles weit weg Oh mein ne Der ist fast näher zum Entdecken zu laufen Er hat's gerade geschossen Ne komm wir gehen zur Richtung Wagen, komm das macht mehr Sinn Vielleicht brauchen wir noch nicht mehr Ne Da rennt er einfach von meinem Messer davon Recht ne, macht man nicht Macht auch nie wieder Zögel Ich geh mal kurz zum Turm hoch, gucken ob da was ist Hm ich hol mal schnell meinen Dings-Friedensfechter Den hol ich mir danach auch Ist da noch was? Ne Ne Kasse Hm, aber zu bezahlen Aber wir haben ja vier Punkte Ist ja egal Ja Ich hab hier eben ordentlich Kohle verdient Und wenn ich jetzt rausgehe Würdest du mich nicht mehr stören Puh Ich hätte übrigens 1200 Dollar Ja Also muss ich mehr gekriegt haben In Summe hat sich 1200 gar nicht geguckt Aber wenn wir schon da sind könnten wir uns natürlich auch einfach das eine Ding in der Mitte holen und wissen alles Ja Das wird's nochmal im Großen in den Teil punkten, ne Wenn man ehrlich ist Ja Mit Glück machen wir die Runde ja noch ein paar Oh Oh nein Hunde Oh Ja ja Geh wohl auf Schreck Ich vergesse immer, dass das Messer wieder rausziehen aus einem Monster Dass es auch nochmal Schaden macht Ja Nicht gehört und nicht gesehen Kann ich also gar nicht gewesen sein Kann ich also gar nicht gewesen sein Ja Ja Scheiße Wo sind die Wöde Kuh Ja Na gut ich hab den vorher noch gefunden Vorsicht falls du auch noch in die Hülle gehen solltest Ich mach hier grad ein paar Fallen rein ins Wasser Okay Okay Dann wird man ganz gerne noch Sonst ist die nicht Sind doch so offen Ja Ja die sind da drüben Alle drei auf dem Haufen Ja Ja die sind da drüben 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 Ach du hast direkt da vorgedächt Alter Ich bin in zwei rein getreten Warum machst du das Warum machst du das Du hast aber Glück gehabt Beide passen in die gleiche Richtung Und wenn das nicht sehen wie sich mit dem Bisschen rumquert Oh, ihr schickt das? Hm, aber nicht auf dich, oder? Ich weiß es nicht. Nee, nee. Hätte man ja irgendwo gehört, in einen Schuss. Wo bin da? Na, ich glaube gar nicht mal ganz so weit. Ich glaube eher da. Ja, da ist ein Mündungsfeuer gewesen. Direkt hinter dieser Wand da. Direkt da, wo mein Ping ist, hinter der Wand war ein Mündungsfeuer. Okay. Wohin auch immer. Und da hinten ist auch einer. Laufen. Da auch auf dem, auf dem Gebirge. Oder nee, das ist ein Zombie. Entschuldigung. Shit. Ich sehe keinen. Ich sehe auch keinen. Aber warum war da Mündungsfeuer? Oh, ein Ast. Okay. Von wo? Na ja, im Compound. Wie, ist das auf dich? Nee. Das ist doch jemand gestorben, da drüben. Das ist echt zu viel, wenn ich so besitze gegangen bin. Ich glaube, du brauchst ein anderes Headset. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht mehr. 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 Schweine aus dem Compound. Liegen mindestens zwei Teams. wo geht das? auf den Sniper und Feuer wahrscheinlich ich habe halt keine Ahnung ob aus dem Gebäude oder aus dem Gebäude da, da haben wir gerade eine Frau ist weg rechts gelaufen rechts? ja, klar rennt draußen, ist rausgesprungen ob sie sind nach links gelaufen und jemand ist da unten hier war auch jemand drin jemand geht wieder nach oben jetzt glaube ich beide wieder oben bei einer ist mehr im Wasser hast du nicht Sniper? ne, ich habe diese geopter also und hoch ist schon die Schattenmunition sieht eigentlich immer ganz gut einer Titt Rennorf ja, ist jetzt wieder reingelaufen versuche mal so ein bisschen rechts zu kommen also die Frau da, das wäre ein 100% der Wirtschaft gewesen und ich schieße voll vorbei naja, ich auch gerade also irgendjemand läuft unten eine Matsch mhm also diese Einde habe ich einen Blick inklusive das ziemlich mittig, ne? hmm hmm Die Station ist gerade ein bisschen eingefahren. Die müssen eigentlich beide eher so bei deiner Seite sein. Irgendwie erzählen nichts. Guckt doch keiner mal irgendwie aus dem Fenster. Der Fenster ist safe. Die Tür ist safe. Ob ich hier noch weiter nach rechts kann? Jetzt sind wir natürlich wieder so weit auseinander. Ich will nur bis hinweg, ich komme gleich wieder näher. Nur nicht durchs offene Lände rennen, weißt du. Ich glaube, die... Nein, doch nicht. Da ist die Bahn der Umfeld. Ich weiß dann... Einer down. ich bin dann kann ich gerade nicht ein anderes genau dran die waffe sehen oben drin die kundin und wieder mal die karte auf glaube ich wieder da ich bin bei dir laufen sie ich glaube der hilft oder? wo liegt denn die leiche? hier oben läuft es ist hier unten ding ding da hinten durch ist ein Kumball in den Pant? mhm kriegt jetzt Hunde glaube ich ach du rennst wieder weg ich renne nicht weg ich nehme andere Pistolen ein ich bin nicht weiß wer da ist der Typ hier hat Hit Mama Hit und Boote hier nicht sieht es immer noch und ist da und sehr schön willst du das auch da hinten sehen? ja genau ich kann doch nicht mit Handkampfwaffen in den Nachkampf gehen das macht doch keinen Sinn wer nimmt den Handkampfwaffen mit? so wo haben sie die anderen denn gelegt? ach die haben sie glaube ich auch angezündet ne? stimmt irgendwie sind ja hier drüben vier gestorben hier check mhm ok hier liegt einer aber wo die anderen sind aber wo die anderen sind quasi nicht die gehen jetzt auch besser dann fängt an die er tötet ne? da sind ja alle Teams weg eins ist raus und drei liegen oh oh hast du die runde überhaupt mal gegner gesehen die frau ich bin hier habe ich auch schon vorbeigeschossen ja stimmt aber dann kann sie ja nicht und dann kann sie doch nicht und da habe ich immer gehofft dass er irgendwann aussehen den gefallen haben sie mir auch nicht getan hier ist ein dick kommen wollen wir den dick noch machen hier riecht eine silencer ich habe leider schon ach so na ne möchtest du schon ich da sehen ruhe heilkraft ach ja immer diese heilkraft Nein, wir behalten den Dreck. Und, warte mal, rechts. Konnt am Kopf vorbeigeschossen. Bist du, warte mal. Verste, blablabli. Verste, blablabli? Ja. Das ist dein noch. Lange nicht gemacht. Ja. Oh, noch einer. Oh, nur noch verkürzt. Wir hätten eigentlich noch mit dem ganzen Wagen abgehen können wegen Marken, ne? Haben wir immer noch nicht geschafft. Doch, haben wir doch. Links habe ich schon. Gucken, dass hier keine Fallen sind. Merk mal, wenn wir liegen. Das wäre aber doof. Das wäre doof, das stimmt. Okay, ich gucke mal mal die Stadt an. Das wäre auch geil, ne? Wenn wir nochmal so eine breite Map dazu machen würden. Bisschen mehr städtisch. Also zumindest mit einer Stadt oder so. Also ich hätte gerne eine Stadtmap. Aber solange wie es da nicht halt kaputt ist, ist das ja dann scheiße. So. Also das macht man ganz viel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.